Vielfalt. Ganz nach Bedarf fertigen wir einzelne Komponenten und Module sowie komplette Geräte und Systeme sowohl im Bereich Low-Volume-High-Mix als auch High-Volume-Low-Mix-Segment und bieten darüber hinaus eine Bandbreite an Zusatzleistungen. Daraus ergeben sich für unsere Mitarbeitenden täglich neue spannende Aufgabenfelder und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, sodass jeder Einzelne sein Wissen und Engagement in den vielseitigen Projekten einbringen und weiterentwickeln kann.